hey freunde willkommen zurück auf meinem kanal dennis hier aka fraganstock aus hamburg ja der sechste teil inzwischen von ich bewerte euch parfüm sammlung ist da ja heute habe ich wieder drei sammlungen von roman volker und den ruben ja und mal überflogen schon mal vorweg wieder sehr coole dürfte am start wirklich sehr sehr nice coole sammlungen ja aber bevor ich anfangen für alle die das erste mal hier auf meinem kanal sind ich mache das hier natürlich oldschool mäßig ich habe keinen bock den laptop aufzumachen und dann immer rum zu scrollen da und so weiter lieber hier oldschool so gehört sich das kann man auch mal machen muss nicht immer alles modern in dem fall mal gern oldschool aber wenn ihr das erste mal hier seit drückt die glocke abonniert mein kanal das wird mich natürlich freuen weil der verpasst ja kein video so dann will ich erstmal mir noch einen schluck genehmigen das war keine werbung übrigens sehr geil gut bier ich liebe gut bier wer macht noch gut bier können wir euch runter schreiben auch in die kommentare das mache ja nicht jeder aber ich finde kaltes bier ist richtig nice so dann fangen wir mal mit ruben an wir fangen mal mit ruben seiner sammlung an ich werde die wieder einblenden ach so und bevor ich anfange es im moment keine einsendung für die leute die fragen wann wo kann ich das hinschicken keine einsendung ich werde das zu ende machen die jetzt noch die ich noch gut finde und so weiter die und die richtig eingesendet worden sind und so weiter hauptsächlich natürlich die ich gut finden und so weiter sind so viele reingekommen ich kann ich nicht alle vorstellen vielen dank dafür im moment erst erstmal schluss und dann werde ich das eventuell irgendwann mal wieder machen so ruben wir fangen wir mit ruben an schöne auflösen übrigens ne danke dafür zu wasser oder toilet und so was elixier ja was soll man dazu sagen die ohr zu was funktioniert einfach oder toilet ist klar der klassiker beliebt bei frauen das elixier ist auch inzwischen beliebt bei frauen finde ich nice hätte ich nicht gedacht weil es doch so sehr in das old school mäßige geht so tom ford nur extrem da muss ich ihm mal was zu sagen ich finde das ist ein duft den man nicht immer tragen kann aber den man in seiner sammlung haben nicht muss aber ja man kann ihn in seiner sammlung haben aber wie gesagt ich bin der meiner man kann ihn nicht so oft tragen ja dann parfümste mali laden exclusive sehr sehr nice hat durften ja dann braucht man nicht zu sagen auch dass exclusive ist ja noch ein bisschen männlicher ein ich will nicht sagen besser ich liebe das normale laden ich habe auch das exklusiv beide aber ich muss sagen dass er exklusiv noch ein bisschen luxuriöser ist fürs essen gehen während laden ja für party und so weiter ist dann nur mit einem ombre nomad ja was soll ich dazu sagen der macht den mag man oder man hasst ihn auf jeden fall schön auf die fresse schönes und es ist wirklich ein genialer duft so kuhstall wie viele sagen richtig dann nicht das ist ein richtig genialer duft wenn man natürlich als anfänger gleich diesen duft riecht dann ist es schwer dann riecht man vielleicht kuhstall aber sonst sehr gerne durch aqua dipama gut da gibt es jetzt so viele ableger wenn es das normale ist das habe ich dann auch glaube ich dass gut das ist geil das ist sehr sehr geil also gefällt mir ist auch stark richtig geiler duft prada lom der sauber man darf absolut genau genau wie blöde chanel kommt dann und ja es ist einfach nice ist es einfach mal ist georgia mal die akte die profume und stronger video intensely ja zu dem profum muss ich nicht zu sagen schöner weihrauf aquatischer duft sehr genial gemacht von roberto morias stronger video intensely ja kann man haben muss man nicht aber ist sehr beliebt kommt gut an john paul einmal da muss ich nicht zu sagen klassiker funktioniert immer so waren oder parfüm einer der besten dürfte die es gibt leider ist die halbbarkeit nicht so gut viktor und rolf spicebomb extreme geile vanille absolut top und mfk bagarer rouge 540 oder parfüm ja der ist genial der durfte die geschichte ist nicht erzählen aber das ist einfach zahnarztpraxis gummi zucker warte ist einfach ein geiler durft absolut nice doch das war's denn oder sale oder soul blanche von tom ford hat er noch sorry den habe ich vergessen auch gut also der schöne ich will jetzt nicht sagen kleine sagen was ist kleine sammlung aber richtig gute sammlung gruben gefällt mir richtig gut alles was man haben muss eigentlich ist dabei der ohr zur wasch frisch tom ford frisch süß leiten ja es ist alles alles dabei was man braucht eigentlich nichts falsch kann man eigentlich nichts mit weich machen so 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 folger folger ist jetzt am start eigentlich warst du schuld dass ich so ein tolles neues hobby mit verschiedenen düften angefangen habe zu sammeln sagt er ja das haben schon viele geschrieben dass ich schuld bin aber da die schuld nehme ich doch gern auf mich weil das doch ein sehr cooles hobby ist und wer will nicht gut riechen verfolgt verfolgt sorry man mein youtube-kanal seit ein jahr deine freestyle art gefällt mir besonders gut ja das ist das was ich gern beibehalten möchte oder immer beibehalte nicht weil möchte ich bin so einfach und vor allem will und muss nicht irgendwo abgucken nicht irgendwas nachsappeln oder was weiß ich was hinter dem rücken dummes zeugelabern und so weiter das überlasse ich andere und so weiter gut das ist eben der dog so folger duftsam und gehen wir mal von oben nach unten durchaus gut sehr gut aufgeteilt naja ich habe das reihe oben von links und so weiter aber ja jils anders an ja das ist einfach eines der ersten sagt er ja das jils anders an ist das ist der sommer durch schlechthin und egal ob er günstig ist oder nicht er gehört in eine sammlung und es ist der strand durch nummer eins das wird auch nie geändert das wird selbst egal wenn ein super 1000 euro duft von search of man der lieblingsbrände ist das geht nicht weil jils anders an ist wow es ist einfach es geht einfach nicht an das ist der strand durch schlechthin so versace in eros auto toilette ja kann man haben muss man nicht haben ich weiß es gar nicht wie alt folger ist viele sagen ja für ältere für jüngere sorry ja man kann das aber auch manchmal so tragen wenn man nicht so viel aufsprüht ist eros super begleiter job go da war ich nicht so ein fan von vielleicht muss ich mal wieder testen fand ich nicht so gut dann die orsa was auto toilette ja auch hier wieder hatte ich ja eben schon gesagt absolut ein muss immer noch finde ich lasse euch nicht einreden wenn leute sagen den richtig an jeder ecke vor allen dingen an jeder ecke ne und und was auch immer der vergeschichte schichten kommen gelang ideal auto perfum nice natürlich atelier cologne orange den kenne ich atelier cologne orange sanguine sanguine in richtiger ausgestattung kenne ich nicht oder nicht kennen muss ich passen amani stronger with you only das ist der neue glaube ich nicht den kenne ich noch nicht zartiger voltiers ist es sehr nice er schreibt auch immerhin der atelier cologne kann man lehren mit gerne mit sauvage ok da habe ich sehr gerne auf dem sofa amani stronger with you only aber ich finde das cool dass er das dahinten hinter geschrieben hat meine güte also sehr sehr cool folger so hat dann john paul godin le beau ok chanel alu am spot pur um sage ich schon nein natürlich nicht chanel alu am spot extreme search of ascento einer meiner signaturdifte oha und carolina bad boy le parfum und bad boy eau de toilette ok carolina 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 herr war lass ich aus kenne ich nicht die dürfte search of ascento sehr schöner duft alu am spot extrem muss man nicht drüber reden ich sage ja der duft wenn ihr nicht mehr wisst was ihr tragen wollt dann geht der immer le beau schöner sommer duft so dann prater nur noch aus der sport mein duft für den ich immer noch am meisten komplimente bekommen habe quid himalaya jahre fand ich gar nicht so schlecht quid wird schon eine worte auch nice für den sommer sehr nice wenn sommer jahre wird schon eine worte vor allem ist sehr sehr genial 2021 version ok jahre habe ich einmal gerochen ist jetzt nicht so schlecht wie er gemacht wird und fias ja fias lassen wir mal so stehen ja aber sonst außer naja fias riecht ja nicht so schlecht aber ich unterstütze diese marke nicht egal was mal waren ob es jetzt nicht so ist und so weiter und so fort ich bin ja nun nicht so laie und was fermenpolitik angeht vor allem in die öffentlichkeit hinaus ganz ehrlich wer so was mal gehandhabt hat oder was die könnte es ja nachlesen und so weiter der bitte ich bitte euch das kann man nicht machen und sowas unterstütze ich auch nicht egal ob sich das geändert hat oder nicht und nicht hundertprozentig nicht geändert was kopfmäßig angeht so folger sehr sehr nice sammlung auch muss kann ich nicht meckern richtig geil so jetzt kommen wir zu roman ja roman hat ein bisschen mehr da werde ich wahrscheinlich einige auslassen oder auch nicht da unten sind abfüllung ja abfüllung gleich mal vorweg search of erbapur alexandria 2 mfk guan so war und so weiter und zwar u zart im mood baccarat rouge extrakt wird und so weiter das sind abfüllung einfach wir nehmen einfach mal die flakons die du auch hast letztes jahr hat er das aufgebaut noch nicht schlecht würde ich mal sagen okay fangen wir mal an tomfart wood 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 body spray ja erst mal wood wood und wood body spray er schreibt auch die ml dahinter die sind jetzt nicht so wichtig aber es auch in ordnung wood ist ein klassiker der einfach in jeder sammlung sein muss passt und das body spray kenne ich nicht aber gut wurde eben so denn white suit body spray von tom ford auch nice das was ich auf jeden fall einmal gerochen habe auch chanel antheos muss ich unbedingt unbedingt wieder haben weil wenn ich mal wirklich old school mal wieder vorstelle muss er dabei sein muss ich unbedingt antheos haben amani code absolut gold kann man haben amani strong with you absolut leh okay wie gesagt sage ich muss man nicht haben aber es kommt gut an schack auf und von swiss away bin das ist auch ein sehr nice hat auch sehr starker duft günstig aber gut sorry leh mal klar nur die dürfte lasse ich aus ich kenne die nicht aventus du blablabla baggerer rusche von von der wendest du das einzige was ich an dieser marke gut finde ich kenne keinen duft ich kann nicht über die dürfte schlecht reden die marken die mögen gut gemacht sein aber nicht viel drin dann muss man sie bestellen aus usa sie werden auf also sie das ist ein guter preis den jeder verein duft bezahlt wenn ihr den nach deutschland haben wollt und ganz ehrlich das ist mir für ein nachbau ich bin so kein fan von nachbauer egal wie gut sie sind wenn ich immer nicht so das ist mir zu teuer ehrlich gesagt ich bin auch den krüsch ich könnte das machen aber das sehe ich gar nicht ein natürlich vielleicht mal ein vielleicht mache ich mal ein um einfach mal ein zu testen aber trotzdem wird es nicht ich werde immer beim original bleiben ob wir auch wenn dieses zusammengehangen also zum beispiel aventus dub mit baggerer rusche zusammengefügt das ist zum beispiel der casino elixier 2.0 fandua das ist eine geile idee wie das riecht weiß ich nicht könnte ja mal aventus hier und baggerer rusche zusammenführen mal gucken aber die idee dahinter ist natürlich nein dann gelang santai royal finde ich gut lom ideal cool warum nicht drüber reden hammer gut ja versace versace pro arm versace eros pascha de cadier kenne ich nicht übrigens bald es sarini ambre guter duft miss sony poem ja günstig sehr gut ne warte mal pro arm 30 ml gibt es den auch in 30 ml ich kenne ihn nur in groß ok aber sehr günstiger cooler duft ist ja gehypt worden habe ich auch gemacht geht einfach mfk maskulin normal ja nice leiten von 15 mal ist hättel sehr sehr nice bei 15 mal ist hättelig vor allen dingen dann gerut die 1881 und das ist für leute ein bisschen auf ältere dürfte stehen aber das ist einer als es sehr sehr geil auch noch die aktuelle version und aqua de geoprofumus wiederholt sich natürlich deswegen gehe ich einiger da muss ich jetzt nicht mehr zu sagen club den oid oder klappt den oid intense man klar vorigen zwar noch office formellen für mich der zweitbeste aus der jerry mi reihe da mon blanc legend habe ich nicht mehr im kopf aber soweit ich weiß war der gut tiziana terrenzi kürke ist bei mir so hochgegangen der war erst da unten ist auch hochgegangen also der ist richtig nice richtig der versicht da drin und die halbigkeit ist einfach unschlagbar und easy miaki fusion so weiter und so fort den kenne ich nicht so das waren auf jeden fall drei super sammlung also auch von logischerweise roman richtig schöne sammlung also ihr müsst eigentlich nichts mehr haben ihr müsst auch nicht weniger haben kann ich nicht sagen also heute also diese ich teil 6 ist richtig sehr drei super sammlungen von mainstream über nische und so weiter richtig nah ist also ruben volker und auch roman vielen dank für die einsendung das waren in nice sammlungen jetzt werden noch mal meine mitglieder eingeblendet vielen dank dass ihr diesen kanal unterstützt wenn ihr bock hat auch mitglied zu werden und diesen kanal zu unterstützen und drückt mitglied werden neben meinen namen auf der hauptseite hier wenn das nicht angezeigt wird angezeigt wird mein gott was denn heute los hier doch angezeigt wird dann müsst ihr in einen anderen browser das geht über handy manchmal nicht keine ahnung das ist nicht unten mein fehler das ist bei anderen manchmal auch dann könnt ihr diesen kanal unterstützen indem ihr silber gold oder platin mitglied werden so leute das war's und dann wird bestimmt bald wieder ein nächster teil kommen also macht gut gesund bleiben und bis zum nächsten mal